Hier kommen die Hochzeitspläne voran. Da sind tausend Sachen zu beachten. Hi! Das sind wir. Das ist so süß. Du bist ein sehr, sehr seltsamer Mann. Mach eine Junggesellenabschiedstour mit Phenon. Phenon kann sowas nicht leiden. Niemals. Keine Jungstour. Ich gehe mit Freuden zu deiner Ladies Night. Vielleicht ist so eine Jungstour einfach ein bisschen zu viel für den Armen. Okay. Jungstour. Jungstour. Wuff. Hey, ihr braucht noch The Machine. Was? Ja, er ist mein Bruder. Ihr müsst ihn mitnehmen. The Machine? Nein. Er ist ein Irrer. Wir geifern den Homosexualisten. Okay. Kein Netz. Ich hab diesen Kompass, damit wir uns nicht verlaufen. Plopp. Nein! Wir gehen auf Piest. Rauch ein bisschen Hasch, wenn du nicht schlafen kannst. Feuer! 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 Das ist so wunderbar. Oh mein Gott. Wir müssen uns frei entfalten. Hier draußen. Fehler passieren nun mal. Du kannst nicht Entschuldigung sagen. Du kannst nicht Entschuldigung sagen. Sei ein Mann. Ja! Lass es auf mich! Ich hätte geschworen, der Seber hier. Ich auch. Schweine. Machen wir die Kaiserpinguin-Parade. Immer wieder wechseln. Ich bin schon unterwegs. Los. Ich heirate hier! Das schaffen wir. Gebt mal ein Stück zurück, Jungs. Ja. Nein. Ich hab's im Gesicht! Für Machine, alles in Ordnung? Hier drin masturbieren geht gar nicht. Mach's mir! Geh weiter weg! Weiter weg, du Idiot! Zähne. cor uploadedizieren? Jungs. Sonstoudieren? Ruck. Herr vier almighty. Wir haben Take-Retriente. Marie-Prze. Sie behaving nicht almighty? Zweite!